Wir waren im Stadion, einige Haus, dann eine drausende geflossene Kasse und einige Düsseldorf ging mit dem Volk. Der Hosenanzug von Wolfgang Kneipp bedeckte seinen langen Leib und Manfred Lohnemann kam immer mit langen Pässen an. Sacken, Passiv, Wintenreich, Stopperschult machte Fliegen leicht, Ewald schlitzte man auf das Bein und eine netzte die Kugel ein. Wir sind so gut auf den Wegen Willen, wir sind so gut auf den Wegen Willen. Das alles steht für immer, für Arminia, für alle, für immer. Will man überhaupt Kritik üben, dann nur an.